Anfang der vergangenen Woche ging die Nachricht um die Welt, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad von seinem iranischen Leibwächter umgebracht worden sei oder einer anderen Version zufolge verhundet wurde und sich gesundheitlich in kritischem Zustand befindet. Glücklicherweise erwies sich die Nachricht als Ente, welche von arabischen Medien in die Welt gesetzt worden ist, ähnlich wie die Nachricht, der zufolge die Rebellen angeblich ein iranisches Frachtflugzeug mit Waffen und Munition für Syrien abgeschossen haben sollen. Diese Bilder nun sind leider Gottes keine Ente. In Damaskus wurde ein Universitätsgebäude aus Granatwerfern beschossen, was zahlreiche Opfer zur Folge hatte. Das ist bei weitem nicht der erste Fall, bei dem Terroristen solche Bildungseinrichtungen zur Zielscheibe machen, gleich wie auch Krankenhäuser, Schulen und Moscheen. Die syrische Armee hat indes eine Anzahl feindlicher Gruppierungen in den Vororten von Damaskus vernichtet. Weiter im Süden des Landes sieht die Lage allerdings nicht allzu blendend aus. Die Rebellenbanden haben die Kontrolle über das Gebiet von Kirbet-Gazala bis hin zur Grenze mit Jordanien hergestellt. Die Armee ist nicht in der Lage, gleichzeitig an allen Fronten zu kämpfen und ist gezwungen, Gebiete aufzugeben und wieder zurückzuerobern. Derweil haben die Terroristen von hier aus die ganze Woche über das Territorium Israels beschossen, um damit eine militärische Antwort zu provozieren. Glücklicherweise ist die Provokation bislang ohne Folgen geblieben. Glücklicherweise ist die Vorstellung von Damaskus kann dann bei den Vielen Dank. 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 Vielen Dank.